hallo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir zu diesem update video stand mikrofon bei mir ich habe mir jetzt wie ihr hört ein neues mikrofon gekauft das ist das auna usb 900b mikrofon oder auna mike 900b wie auch immer die produktbezeichnung ist link ist natürlich in der video beschreibung habe ich jetzt einfach mal ausgepackt habe mir parallel dazu also ich glaube einen tag nach dem kauf auch bei amazon noch einen popschutz und ein tisch stativ dazu bestellt das stativ ist schon angekommen das heißt die spinne mit dem mikrofon habe ich schon vor mir platziert der popschutz ist leider noch nicht angekommen wird wahrscheinlich anfang nächste woche kommen und wenn alles komplett ist dann werde ich wahrscheinlich auch ein video darüber drehen das mal zeigen wie es mir so gefällt wie es eingerichtet habe momentan ich habe jetzt einfach mal den pegel ein bisschen höher gedreht und bin weiter weg vom mikrofon wo ich es angeschlossen habe ging es automatisch auf 40 prozent der pegel ich habe ihn jetzt mal auf 60 prozent erhöht und bin circa zehn zentimeter entfernt weil ich eben noch kein popschutz habe deswegen am besten nicht direkt ins mikrofon rein sprechen möchte weil ansonsten klingt das so dass es nicht so schön ihr wisst was ich meine ja ich werde mal schauen wie ich so mit dem mikrofon klarkomme so die ersten soundtests haben eigentlich sehr überraschende blicke in mir hervorgerufen ich meine als ein ganz kleines rauschen drin das liegt bestimmt an der usb verbindung aber order city kann das ja sehr sehr gut retuschieren wie ich auch schon im video gezeigt habe ich denke mal das wird das kleinste problem sein vom sound her gefällt mir das ganze ganz gut muss ich echt sagen bin ich echt überrascht wie natürlich der klang klingt oder wie sich der klang anhört und ja ich bin gespannt was ich mit dem mikrofon alles anstellen werde werde es natürlich auch an meinen instrumenten mal ausprobieren wie das da so klingt ja und dann sage ich danke fürs ansehen bzw anhören des videos und hoffentlich bis zum nächsten macht's gut und bis dahin ciao